Nachdem Asai Ventress Ahsoka half, ihre Unschuld zu beweisen, verließ sie Coruscant und setzte ihren Job als Kopfgeldjäger fort. Da sie ihre beiden roten Lichtschwerter auf Coruscant verloren hatte, besorgte sie sich auf dem Schwarzmarkt ein neues gelbes Schwert. Als Kopfgeldjäger machte sie sich einen Namen unter den Gangstern der Galaxis. Sie freundete sich mit der Piratin Lassa Raim an, welche ihr einen Platz in ihrer Crew anbot, welchen sie jedoch ablehnte, da sie lieber alleine arbeitete. Während eines Auftrags stieß sie auf den Jedi Quinlan Vos, welcher sich als Kopfgeldjäger ausgab. Dieser wurde vom Jedi-Orden ausgeschickt, um Ventress Vertrauen zu gewinnen. Sein Ziel war es, einen Attentat auf Count Dooku auszuüben. Nach einer gemeinsamen Mission beharrte Vos auf eine Partnerschaft mit Ventress. Ungern aber doch nahm Ventress dieses Angebot an, unter anderem, da sie sich zu ihm hingezogen fühlte. Nach mehreren gemeinsamen Aufträgen erzählte Vos Ventress schließlich, dass er ein Jedi auf geheimer Mission sei. Diese hatte sich das jedoch schon aufgrund Quinlans überdurchschnittlichen Fähigkeiten gedacht. Ventress kam zu dem Entschluss, Vos bei seinem Attentat auf Dooku zu helfen. So nahm sie ihn mit nach Dathomir und unterrichtete ihn in den Grundlagen der dunklen Seite, um so eine bessere Chance gegen den Count zu haben. Während des Trainings gestanden sie sich gegenseitig ihre Liebe und Vos erklärte, dass wenn das Attentat durchgeführt ist, er nicht wieder zum Jedi-Orden zurückkehren wird. Nachdem Ventress Dooku ausfindig machen konnte, konfrontierten sie diesen auf dem Planeten Raxus. Sie waren überlegen, bis unerwarteterweise Grievous auftauchte und das Blatt zum Wenden brachte. Sie wurden überwältigt. Ventress konnte fliehen, doch Vos wurde gefangen genommen. Sie trommelte ein paar Kopfkirchenjäger zusammen, unter anderem auch Boba Fett und Ambo. Gemeinsam infiltrierten sie Dookus Schloss auf Serenno und als Ventress Vos fand, attackierte dieser sie. Bei der Flucht unterstützte Vos Dooku im Kampf und Ventress erkannte, dass Quinlan sich nicht nur der dunklen Seite hingab, sondern dem Orden der Sith. Ventress sah keinen anderen Weg mehr und bat den Jedi-Orden um Hilfe. Sie traf sich mit Obi-Wan Kenobi, jedoch konnten sie keine Einigung finden. Dies brachte Ventress zu Depressionen und Alkoholmissbrauch. Später traf sie auf den Jedi Akkade Shu, einen guten Freund von Vos, welcher sie aufsuchte, um seinen alten Freund zurückzubekommen. Gemeinsam gingen sie zurück zum Jedi-Tempel und Yoda gab ihr eine Aufgabe. Sie soll Obi-Wan und Anakin helfen, Vos aus Dookus Flaggschiff zu befreien. Im Gegenzug wird Yoda all ihre vorherigen Taten begnadigen. Als sie das Schiff infiltrierten und Dooku konfrontierten, fanden sie heraus, dass Vos immer noch ein Gefangener war und nie Dooku gedient hatte. Die Mission glückte und Vos wurde in den Jedi-Tempel zurückgebracht. Yoda spürte, dass Vos von der dunklen Seite genascht hatte und sendete ihn erneut auf die Mission, Dooku zu töten, um seine Treue unter Beweis zu stellen. Vos bat Ventress um Hilfe bei der Mission und gemeinsam spürten sie Dooku auf und griffen ihn an. Sie wurden jedoch überwältigt und Ventress opferte sich selbst, um Vos vor einer tödlichen Ladung Machtblitze zu retten. Als dieser seine Geliebte sterben sah, schaffte er es, Dooku zu besiegen. Jedoch verschonte er das Leben des Sith Lords und kehrte sich zu Ventress um, welcher dann in seinen Armen verstarb. Der Jedi-Orden sah die Schuld, dass Vos von der dunklen Seite verführt wurde bei sich selbst, da die Mission, Dooku zu töten, nicht der Weg der Jedi war. Ventress wurde in der traditionellen Art ihres Volkes auf Dathomir begraben. Die ganze Geschichte kann man in der kanonischen Novelle Dark Disciple nachlesen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall mal über eine Bewertung freuen. Und auf Instagram wird es jetzt auch bald wieder Fakten geben. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.